Guten Morgen, liebe Leute. Hier haben wir eine ganz typische Frühstückssituation auf einem Campingplatz. Ich habe hier alles ausgebreitet, was irgendwie da ist, auch wenn ich nur einen Bruchteil davon essen werde. Und vielleicht mache ich gleich mal eine Begehung hier vom Campingplatz. Der ist nämlich ganz cool. Der ist in der Nähe von Zadar und man hört auch so ein bisschen vielleicht Straßenlärm im Hintergrund. Der hat so ein bisschen Industriefeeling. Ich glaube, hier hinter mir, da ist auch so ein Steinlieferant oder so. Und ich glaube, auch das ist der Grund, weshalb hier alles ziemlich geil ist. Weil hier der Tisch und alles ist aus Marmor. Hier ist alles aus Marmor. Das ist total crazy. Da vorne ist ein Swimmingpool. Den kann ich ja gleich nochmal zeigen. Wahrscheinlich hat man gerade, dass da gerade ein Moped vorbei heizt. Und hier stehen außerdem noch ein paar AWs rum. Also ich bin der mit dem Zelt. Und ansonsten ist hier nichts. Nicht mal eine Rezeption oder ein Check-in oder irgendein Zuständiger. Also ein ganz lustiger Platz eigentlich. Ja, aber wir wollen hier auch nur so einen kurzen Stopover machen. Bleiben gar nicht lange. Einmal schlafen und weiter von Mücken zerstechen lassen. Ja. Ja komm, ich mache kurz Begehung. Ich bin hier gerade am Ende vom Platz. Und man sieht, der ist einfach. Hier stehen ein paar AWs rum. Und rechts schwenk hier. Hier sind so ein bisschen die Anlagen. Toiletten, Duschen und so weiter. Die sind alle ganz schön gemacht. Die sind richtig cool von innen. Zeige ich jetzt mal. Hier alles mit diesen Steinen ausgelegt. Das ist cool. Ja und hier. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Video so gut rüberkommt. Aber das ist. Sieht alles ganz cool aus. Und das Badezimmer. Das ist halt wirklich ganz, ganz nice. Hat einfach alles aus fetten Steinblöcken zusammengebaut. Richtig cool. Da drüben sind die Sachen für die Damen. Hier ist ein Waschbecken. Der Pool. Ich komme. Da ist er. Der sieht gut aus. Da läuft auch gerade. Also die Filteranlage scheint zu laufen. Dann wird die ganze Zeit Wasser reingepumpt. Hier ist so ein bisschen die Anlage. Wo man sich niederlassen kann zum Essen. Da ist auch eine Kochstelle. Diverse Tische. Alle aus schön dickem Stein. Richtig cool. Hier stehen sogar oder hängen sogar Boxen. Da ist Beleuchtung. Das geht abends an. Ja so ein Pizzaofen. Hier alles ready für Barbecue. Dann noch ein Speaker. Das ist irgendwie witzig. Weil es ist so ein Campingplatz irgendwo im Nirgendwo. Man hat hier auch gar nichts erwartet. Aber ist alles da. Ist super gut. Gut. Aber jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich die Mädels aus dem Bett schmeiß. Also Leute. Bis später.